und weiter geht es mit einer besonders knusprigen folge ww hardcore classic wir haben eine gruppe für höhle des wehklagens endlich briefkasten einmal abchecken und dann machen wir uns direkt auf den weg mal gucken wie viel wir raus bekommen bei ca 70 silber waren wir jetzt ich bin gespannt wir haben viel ausgegeben ja wir müssen ein paar neue attacken lernen habe mir noch mal eine größere tasche geholt und wir sind aber schon wieder über zwei gold ist das gut ist sehr gut oh ja oh ja das sieht köstlich aus war doch wieder jetzt heißt es schnell auf den weg machen ich habe noch denke ich hab das mal so rotigkeitstränke einfach aus dem grund als wir irgendwie problem geraten sollten ich bin gönn mir mal aber ein auch wenn das ein bisschen geldverschwendung ist aber damit wir ein bisschen schneller da sind ein bisschen schneller da sein sollten wir auf jeden fall aber jetzt warte mal ich habe jetzt hier quests ein zwei drei vier fünf habe es da noch mehr ich bin mir gerade irgendwie unsicher wir haben auf jeden fall ein zwanziger hunter ein zwanziger droide ein zwanziger priest und noch ein droiden das ist unser tank sollte eigentlich gut gehen ich glaube das sollten wir doch hinbekommen der tank macht halt nur mit wenn er diese hose bekommt aber gut ich glaube ich nicht soll er haben dies für 18 ist die echt ultra ne belegt mal neun beweglichkeit fünf stärke vier ausdauer nicht schlecht und dann set bonus wenn der alle hat dann ist er auf dem level ein richtiger ultra dude ne das muss man schon sagen sterben wird der kollege dann auf jeden fall nicht ich kann es gerade nicht so gut sagen ist alle schon unten sind die kollegen alle schon ich glaube die sind alle unten oder ich bin der einzige der hier hinterher hängt anscheinend ich denke mal ja ich bin wieder in slow mo unterwegs vielleicht ob ich noch eine quest annehmen kann wenn mir ein quest symbol angezeigt wird ich kann es nicht genau sagen ich guck mal lieber noch mal ich gehe lieber noch mal rein glüpfen man weiß ja nie ne komm dann bist du halt nicht so lange dauert ich könnte mir einfach mal wir haben eh gut geld gemacht kommen einmal geht wir kommen erst auch hier hinten ist hoch was würde ich alles für ein mount geben leute ihr wisst es gar nicht ihr wisst nicht was ich alles für einen mount geben würde aber es ist nun mal das leben so ich hoffe ich glaube hier haben wir aha aha da ist noch einer habe ich irgendwas mal und dann rein da so welcher weg war das noch mal da bin ich mir jetzt unsicher wo lange wir noch mal müssen hier sind ja sind hier zwei dungeons gewesen oder einer ich kann es nicht mehr sagen einfach den weg folgen ich weiß es nicht mehr ich weiß es wirklich nicht mehr leute wir werden es sehen wir werden es schon finden wie war das hier mit zwei oder irre ich mich da waren hier zwei dungeons drin oder nur einer es ist zu lange her es ist definitiv zu lange her aber ich kann hier ein bisschen looten ich meine wenn es schon hier so schön rumliegt warum nicht oh elite mob oh nein das lassen wir mal jetzt weiß ich gar nicht da hinten oder hier rein ich weiß ich gar nicht da hinten oder hier rein ich glaube hier ist falsch ne ich kann es euch nicht mehr sagen rey was machst du da nee wir sind richtig wir sind korrekt gut sehr schön hallo ich gucke mal was ich teilen kann So weit entfernt. Okay, ich hab keine Ahnung. Oh, ich liege nochmal zu. Alright, wahrscheinlich ist alle geteilt. Ich hoffe es. Ich denke mal ja. Wird schon gut gehen. Da kriegst du noch einer. Ich glaube der Hunter fehlt, ne? Kann ich noch nicht tun. Der Hunter scheint zu fehlen. Kann ich noch nicht tun. Ich brauche mehr Wut. Ich denke mal, ja. Ich brauche mehr Wut. Gut, dann teile ich gleich nochmal. Dann wird gleich nochmal ordentlich geteilt. So, von oben nach unten. Teilen. 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 Das wird schon gut gehen. wir sind bis hier müssen wir merken mal schauen wie viel bekommen aber endlich so dass ich das leder gönnen so weg mit dem kollegen sehr schön 3000 erfahrung nicht schlecht ist das auch eine quest super ich glaube ja aber vielleicht eine folge ich weiß es nicht keiner looted oder häutet all right was ist meins So weit, so gut. So weit, so gut, Leute. Alter, das wird ein easy Ding, oder? Ich würde sagen, das wird auch ein easy Ding. Nein, 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 nein. Gut, wir werden hier, glaube ich, ganz ordentlich Erfahrung kriegen, Leute. Also wir werden auch ein paar Level-Up-Lane haben. Oh, warte mal. Hier ist irgendwas, was ich brauche. Die Gear kickt. D-Werplug 1 habe ich bis jetzt noch. Na gut. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Na gut. Oh. Du kannst nicht tun. Ganz nett. Ja, komm, kann er sich gönnen. Uh, zwei mittleres Leder. Ja, das hätte ich gerne gehabt. Aber egal. Hauptsache, ich werde alles kurz fertig. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, schnell Erfahrung. Ja, das ist das. Natürlich daneben, was denn sonst? Natürlich kommt der Schlag daneben. Bis jetzt ist so easy. Die Gruppe ist gut. Die Gruppe gefällt mir. Oh, das ist klar, so eine Geschichte will er. So ganz easy. Nein, 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 nein. Oh, schon dauernd. Na gut. Ich krieg irgendwie nur leichtes Leder, ne? Kein mittleres. Das ist zu weit entfernt. Der andere Kollege hat euch zwei auf einmal bekommen. Oh, 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 okay. Ich beschwere mich nicht mehr. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht tun. Das gibt es auch nicht. So, weg mit dem Kollegen. Also, der macht schon. Das haben wir schon mit Problemen. Das soll ich auch ohne Probleme schicken, Leute. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Das gibt es doch nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wir werden auf jeden Fall dick her schicken. Aber sowas von. Boa. Ist er noch looted? Okay. Oh, nein. Ich melde es. All right. Wie will Le Chef vorgehen? Easy. Ist alles easy, Leute. Wenn das aber runterfallen würde, ne? Also wenn man echt runterfallen würde, ich glaube, dann würde man alle entweder mit in den Boden ziehen. Oder man könnte es zusammen schaffen. Oder man hätte ein gewaltiges Problem. Weiß nicht. Das könnte alles nicht schaffen. Mehr Wut. Was ist mit dem drüben gerade? Oh, boah. Irgendwo noch eine Schlachtruhe. Hallo. Natürlich. Natürlich werde ich erstmal ein bisschen liefert. Was denn auch sonst? Ach, danke. Ja, ja. Na gut. Gleiches Leder immerhin. Und her mit dem Boss. Okay, bis zum Quest-Log. Mal schauen, wie ich mir die rauskriege. Also den bin ich auf jeden Fall. Gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Ach, wir haben sehr viel Erfahrung bekommen. Egal, komm, er kann häuten. Leichtes Leder noch. Nur leichtes Leder. Gut. Gut. Warum nicht? Würde ich doch vielleicht irgendwann mal tanken? Keine Ahnung. Wie ich mich kenne, werde ich einfach verkaufen. Ich werde bestimmt nicht tanken. Aber gut. Das ist an den gebunden, ne? Ist ja so geil. Aber an sich ist das Schild eigentlich ganz cool, ne? Auch vom Style her. Oh, 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 da hinten. Den Kram brauche ich. Aha. Das sind hier natürlich ultra weit vorne. Das war klar. Ja, was denn das? Ach so. Ach so, das, was ich eingesammelt habe. Gut. Gut, zu Leuten. So. Gut. Wechseln wir uns halt irgendwie ab. Oh, wie hart. Das war doch schön. Und weg geht der. Ja, mit dem Kram. Also, erfahrungstechnisch lohnt sich, ne? Nicht genug. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Oh, ja. Mhm. Der nächste, ne? Okay. 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 weg mit dem und weg achso es sind zwei na gut ja 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 das ist klar will dann schon keiner haben dann gönne ich mir hier kurz mein vorkommen warum nicht es gibt ja mehrere lang kollegi angezapft achso der kollege war angezapft ne wie er truppe ist sie was wert weiß sie leider nicht mehr achso ich gehe nachher damit Geld ist Geld Leute ohne Cash kein Rash oder wie auch immer liess ich bin ich bin hier ich bin hier es ist ja direkt 1 ja damit ja mit dem kram nein ist ein bisschen spät drei stärke das ist eigentlich ganz gut das war ganz nice das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht jetzt droppt ihr auf einmal so viel hier und hier passt schon so weit ja doch mehr stärke und mehr ausdauer ja ja die ist auf jeden fall gut ich habe die handschuhe bekommen alles klar warum nicht ich meine er hat uns auf das schild gebeten auch wenn wir dafür gut wahrscheinlich moneten kriegen würden ich bin froh dass er wenigstens hier tankt ja ich bin froh dass er neben dem tankt bin ich heute mal ein bisschen ich gönn mir mal ein bisschen Haut dann machen wir nicht so cash ja wir sollen am besten keine geier sein lieber immer positiv in erinnerung bleiben ja druide machen auf jeden fall dicke beute weil der hat nämlich auch angeschrieben gehabt drei stärke weil der war eigentlich mit einem shaman unterwegs wenn er die nicht dann hat er wenigstens ein bisschen anderen kram bekommen dann geht er wenigstens schnell aus er hat mir ein schild gegeben ich werde es eh verkaufen dann kriege ich ja schon meinen silber raus ich hoffe er häutet gar nicht mehr ist er voll das könnte sein ne das könnte sein dass der kollege voll ist das könnte sein das könnte sein Komm schon. Ah, flemmt. Na gut, mehr für mich. Mehr für den alten Gauna Ray. Gut, dass ich große Taschen habe. Gut, dass ich diese Investition gemacht habe. Das hat sich definitiv geblieben, Leute. Äh, 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 das war knapp. Das war nicht nach einer Kiste. Okay. Und einmal kommen. Halten, natürlich nicht. Oh. Gute Rohre. Ja, die Hose hat er nicht bekommen, aber... Deswegen hat er anderen Kram, ja? Dafür wenigstens anderen Kram. Neviatschuppe. 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 Sieh, was fährt. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall dicke Beute. Das ist die Hauptsache. Dicke Beute ist das A und O. Stimmt, Hunter muss ja immer fett ein bisschen wegpacken, weil sonst pullt er halt den ganzen Dungeon. Ist mir gerade mal so eingefallen. Gut, dass er daran gedacht hat. Also ich als Hunter... Ich glaube, ich hätte es vergessen. Ich glaube, ich hätte es echt vergessen, Leute. Ich hätte wahrscheinlich den ganzen Dungeon jetzt hinter mir gehabt. Ich würde sagen, die Folge geht heute auch definitiv länger, bis wir hier fertig sind. Und so lange ist es, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich kann es euch nicht sagen. Ach, am Anfang mit denen wir jetzt sprechen müssen, ne? Kann es sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, leider, ja. Und ich, Opa, habe es nicht gemacht. Ich bin außer Reichweite. Komm, warte doch mich. Na gut. Aha, jetzt holtet er doch. Gut, dann. Ja. Oder auch nicht. Ich dachte, da heute da jetzt los. Siehst du in meinem Inventar aus? Ah, da hinten hätten wir so ein Ding, ne? Ah, da müssen die leider kurz ohne mich weitermachen. Weil ich brauche hier diese Schlangen-Flaumen-Dinger. Drei Stück nur noch. Ja, das packen wir. Dann hätten wir die Quests auch fertig. Packen wir das noch? Ich denke, ja. Wenn nicht, dann beim Rausgehen. Tut mir leid, ich muss luken. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nie tun. 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 Hier rein. Schön. So. Ich kann looten. Ah ja. Brauchen wir nämlich auch. So. Ich dachte schon. Warum schießt der? Ah ja. Sehr gut. Ist hier noch irgendwie Schlangenpläumen? Ich glaube nicht. Ja. Haben wir auf jeden Fall schon eine gute Erfahrung bekommen. Ohne überhaupt erstmal eine Quest abzugeben. Beziehungsweise haben wir auch noch gar keine fertig. Warum? Ein bisschen Wut für Spannteroni. Oder auch nicht. Nein. Ach komm. Oh. Wurde ich schon sagen. Jetzt heilt er ihn noch. Das wäre nicht so cool. Na. Na natürlich. Jetzt aber. Ach na toll. Na klar. Was noch sonst? Oh ja. Okay. Aber kein Schlangenblaum mehr, ne? Wo ist mein ganzer Schlangenblaum? Ah ja. Ich bin so rufend alter Blumenkollegen. Das kann ich noch nicht tun. Du musst zuerst etwas anwesend. Kann ich noch nicht tun. Okay, aber... All right. Ich sehe aber echt kein Dingenspinner. Die sind nirgendwo... Nö. Auch nix. Einfach 0, gar nix. Ja, die hauen wir auch weg, oder? Ja. Wollte schon sagen. Ich wollte schon was sagen. Alles klar. Komm, ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Was ist das mit für ein Krieger? Nur am Verfehlen. Nur am Verfehlen, der Kollege. Ah ja. Ja, okay. Soll er das nehmen? Haben wir hier hinten noch irgendwas? Bisschen flaumig. Hier wird sogar am Ende eins fehlen. Und das ist genau das, was der Hunter gerade bekommen hat. Mit Sicherheit, ne? Äh, hier ist ein Sin vorkommen. Äh? Oder über mir? Was ist das denn für ne Formel? Zauberkurs. Zauberkurs. Oh, ich finde echt kein Flank-Blaum, leider. Leider nicht. Wie cool ist, hab ich ihn jetzt fertig? Klar, nix. Ähm, ja. Ach Gott, er hat noch nicht. Oh, okay, die Bombe hier auch noch. Oh, Herz-Wurzel. Wie cool ist die? Das wäre doch eine Kiste. Ups, ich wollte zusammen. Drei Stärke. Die hätte ich ganz gerne. Ich denke es mir definitiv lieber. Ach komm. Das gibt's auch nichts. Ich bin nur am verfehlen. Ich sag's ja. Ich bin nur am verfehlen. Oh. Natürlich. Natürlich trippt es mich. Wem denn sonst? Komm, dann geh ich halt auf D drauf. Oh, je, 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 je. Geiles Teil. Ist schon eine geile Waffe, ne? Edelstein. Ja, gut. Irgendeine Quest, die ich nicht habe. Warte mal. Da liegt noch irgendwas. Ah, Slime. Diesen Slime brauche ich. Aber so weit zu easy. So weit zu alles geht chill, Leute. Ja, ja. Und weg. Ich brauche aber meine Questgegenstände. Die würde ich schon ganz gerne haben. Aber fahrungstechnisch auch, wenn man so hier durchgeht. Ein bisschen, äh, Rüstung und so. Ist schon nett, ne? Ja, das ist ja gut. Ja, ja, sehr gut. Das ist ja gut. Oh, ist es mal um? Natürlich krieg ich ihn jetzt nicht. Aber Schlangenflaumen ist hier irgendwie nirgends mehr, ne? Krieg ich mein Glibber hier aus? Krieg ich nicht, aber dafür hier wenigstens und leichter Ball, na immerhin. Und Schlacho ist schon, boah, das geht so schnell weg, ne? Lachthofer fliegt so extrem schnell, Leute. Aha, aha, aha. Na komm, kann er daneben. Oh, jetzt nimmt der es sich wieder. Der alte Gauner. Ist doch einfach nur ein alter Gauner. Ich bin außerhalb. Naja, nur relativ voll, ne? Muss gucken, ob ich später irgendwas wegwerfe, keine Ahnung. Irgendein Crap. Naja, wir werden sehen. Vielleicht kommen wir auch so raus. Deswegen, ich muss auf jeden Fall auf Ruhntaschen sparen. Das wäre so die nächste Investition vielleicht. Bitte mehr Schlangenflaumen. Schlangenflaumen. Ich sehe hier aber echt gar nichts, ne? Kein Schlangenflaumen weit und breit. Also hier. Brauchen wir überhaupt nicht. Oh ja, Leder. Leder ist immer geil. Okay. Machen wir jetzt mal Schlacht um. Dann direkt ready für den machen. Ja ja. Easy. Jetzt haben wir noch Tränke. Ach komm. Dann gehen wir noch drauf. Dann gehen wir noch mal. Ach komm. Dann wird wütender. Bro, wird einfach wütender. Ja, der wird wahrscheinlich häuten, ne? Gut, soll er machen. Ach, geht nicht. Können wir den nicht häuten? Ach. Ach, dieser Gauner. Dieser Gauner. Ist verschwunden. Und er hat einfach hier fünfmal mittleres Leder und mittleres Balk rausbekommen. Das ist natürlich unklar. Aber egal. Ich gönne ihn. Ich gönne ihn. Ich habe ja auch relativ viel Gramm schon bekommen. Doch nicht. Warum nicht? Man muss auch gönnen können, Leute. Man muss auch einfach mal gönnen. Nein. Wir werden hier noch echt lange dran sein, ne? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wir haben auf jeden Fall schon unser ganzes Level hier rausbekommen. Geil so gut. Teilweise. Das ist geil, aber... Werdvoll. Werdvoll kramt. Ein bisschen besser in Kram haben wir schon mal. Und cash-technisch werden wir auf jeden Fall einiges kriegen. Ja, komm. Ist er hier der letzte? Perfekt. Das ist doch perfekt. Das braucht nur noch Schlangen-Plaumen. Schlangen-Plaumen und den anderen Kram auch noch. Eigentlich. Nicht genug Wunsch. Du machst mir doch keine Paxi hier. Okay. Gut, wir haben hier wenigstens ein bisschen mittel aus Leder nochmal raus. Zweimal sogar. Ich sag ja, guck, wir gönnen. Dafür werden wir auch gelohnt. Weil wir gegönnt haben. Belohnung ist das Spiel direkt auch zweimal mit mittlerem Leder. Und... Schön hierbleiben. Der war schön. Natürlich weicht aus. Okay. Was noch sonst? Oh, leichter Ball. Ist auch ganz nett. Schlangen-Plaumen, Schlangen-Plaumen. Ich sehe leider gar nichts. Warum bin ich nicht gesprungen? Ich habe auf Leertasse gedrückt, Leute. Oh, mein Herz. Mein Herz, ehrlich. Das war... Oh. Ich wäre da jetzt runtergefallen. Das ist ja nicht gut. Das wäre alles andere als... Das wäre... So... Ich habe Bogen. Der besser als meiner ist. Aber ich mache trotzdem Magier. Ich brauche nur, ob ich es unbedingt tut. Oh, Gott. Habe ich leider nicht bekommen. Besser wäre auf jeden Fall. Wer da mit? Oh ja. Zweimal mittleres Leder. Ich mache richtig Cash. Ich mache hier noch richtig Cash. Ach stimmt, hier ist er auch noch. Oh ja. Zwei Bad Boys nebeneinander. Äh, schön hier geblieben. Holen wir bestimmt erstmal den weg, ne? Ja, ja. Jetzt skip einfach um. Skip einfach um, habe ich gesagt. Oh ja. Oh. Oh. Das ist ein netter Bogen. Das ist mal ein netter Bogen, Leute. Oh, shit. Ja, auf eins. Er hat aber auch ein Pech, ne? Das wird auch weggeklaut. Also ich, wäre ich link gewesen, hätte ich ihn einfach mitgenommen, ne? Oh, der ist schon ganz cool. Es ist wie ein Truck. Okay. Also, er knallt rein. Dann machen wir mal den hier. Oh ja, der haut echt rein. Der haut wirklich rein. Natürlich ausrechnen. Was denn noch sonst? Egal, wir haben ihn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, nein. Oh. Das ist das Spiel. Machen wir mal Dinge mit mir. Oh, das ist nicht vollkommen. Das habe ich nicht gesehen. Da, sage ich nicht nein. Wir sind fast voll. Ich würde sagen, wenn wir gleich voll sind, werfe ich einfach so einen Pilz oder sowas. Machen wir jetzt schon mal. Äh, was haben wir denn noch? Ich pecke dir die, wir drucken die natürlich nicht. Aber Stein ist auch nicht mehr so nice. Ja. Okay. Es fehlen aber noch so ein paar Sachen, ne? Schlangenflau. Uns fehlt noch einiges. Und wir sind so gut wie voll. Was damit? Was führt euch hierher? Äh. Nur von was? Das weiß ich nicht. War das eine Quest? Okay, ich wusste es nicht mehr, Leute. Tut mir leid. Nicht angreifen, bitte. Rücken. Jetzt muss ich eigentlich aussortieren, wegen Müll. Das könnte ich benutzen irgendwie, dass wir ein bisschen Platz haben. Hm. Ich war auch ein Ziel. Ich muss hier. Aber es ist alles noch riesiger. Alles im grünen Bereich, Leute. Wir haben schon echt ziemlich viel Erfahrung bekommen. Fällt mir. Den Balk habe ich bekommen. Zwei mittlere Leder. Oh ja. Oh ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das gefällt mir. Nur Platzproblem halt, ne? Oh, das Fleisch. Hm. Skillpunkt habe ich ja gesetzt. Oh ja. Das dauert. Das ist pure Slowmotion hier. Naja. Ei, 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 ei. Also, dauert hier, ne? Dauert hier schon ziemlich lang. Also, das wird irgendwie eine Überfolge, glaube ich, ne? Komm schon. Ich glaube an dich. Gleich hast du's. Das ist ja schön. Natürlich. Aber Jan, was ist denn noch sonst? Den Fangzähl? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aha. Aha. Und der Snack hier wieder alles Leder weg. Okay. Darum halt nicht. Dann kannst du ja nicht häuten. Was hat der denn bekommen? Die wird schuppen. Na gut. Na gut. Aber hier ist es ruhig, Leute. Zu. Ruhig. Oh. Ah. Herr damit, her damit. Oh, endlich. Ah, da guckt der. Da guckt der Kollege. Ich muss nie ran. Ich sehe gerade, er hat eine Brille an. Das heißt, der Kollege ist Ingenieur. Guter alter Ingenieur. Das ist ein bisschen. Ach ja, der Runde, ja. Das ist der innerreich. Ist denn nicht ein Retail hier im Murloc oder so? Werfe ich irgendwas weg? Ich bewahre erstmal auf. Ich weiß nicht, ob ich noch großartig viel bekomme, aber ich sehe da hinten. Oh, warte mal. Ich sehe hier was. Oh ja. Das ist meins. Das ist mein knuspriges, langen Pflaumen. Eins noch. Auf dem Rückweg kriege ich bestimmt noch eins irgendwo. Das ist nichts, ne? Anscheinend... Mö. So. Jetzt heißt es warten. Aha. Uh-huh. Oh, das ist nicht mehr. Oh, das ist nicht mehr. und weg mit dem und losstort gut auch nicht und her damit Neun, wie hab ich denn? Neun, boah Also, man müsste hier nochmal rein, glaub ich, ne? Hier ist noch mal Digga, wir sollten hier öfter rein Einmal mindestens nochmal Oh, es lohnt sich auch Irgendwie lohnt es sich auch Komm schon Ich schläg auch mal zu Deinen Platz hab ich noch Eins hab ich noch Tier 14 Rüstung So viel wert ist das Ding nicht Aber wir behalten das mal Wir behalten Wie kann ich jetzt abgeben? Zwei, erstmal zwei Quests Das ist nicht viel, ne? Ah, da ist er ja Wer ist der Kollege? Ja, jetzt brauch ich Mut Sehr schön Ganz ruhig, ne? Ganz ruhig hier Ist ja irgendwie heiß auf mich, ne? Aber der Glitzer ist schon Mit Babyöl eingebült Endlich bin ich wach Oh Wow Wow Oh Also, wenn das nicht Inventar ist voll Inventar ist voll Heiles Ich kann nicht mehr tragen Ja, ja, ich weiß Oh, Herr damit Oh, wie geil Das ist mega nice Das ist mega nice Oh, ja Überlegt mal Neun Stärke mehr Und zwei Ausdauer mehr Und natürlich auch mehr Rüstung Also, wenn das nicht fett ist Also, wenn das nicht fett ist Dann weiß ich auch nicht Das Ding ist echt schön Jetzt müssen wir nur noch zwei Level machen Ist ja nicht mehr lange Also, die Brust ist geil Leute Ich würde sagen, ich gehe raus Gebt kurz die Quest ab Und begebt mich erstmal irgendwo in eine Safe Zone Wenn es euch gefallen hat Immer bewerten und kommentieren nicht vergessen Sonst würde ich sagen Bis zur nächsten Folge wieder Ciao